Ich hab mal mit Zinnik gesprochen, dass ich, ähm, ähm, er traut mir nicht zu, dass ich ein Comedy-Programm auf die Beine gestellt bekomme. Ja, ja. Zinnik. Ja, ich weiß, er ist doch Komiker. Genau. Du kriegst das auf jeden Fall, auf jeden Fall kriegst du das. Ich hab überlegt, aber dann erzähl ich deine Storys. Ah, okay. Weißt du, welche ich meine? Die sind ja nicht so witzig. Du musst, ja, ich weiß welche, ich weiß welche. Aber die ist nicht so witzig. Ich finde die nicht so witzig. Die Überraschungsparty meine Geschichte. Achso, du meinst, wenn du dein Geburtstag dich überrascht hast? Genau. Ich hab euch auch überrascht. Ich hab euch auch überrascht. Du hast dich auch überrascht. Da liegt der Überraschungseffekt auch definitiv bei dir. Wir haben uns alle überrascht. Aber ey, es gibt das... Aber darf man doch nicht mit mir machen, André, dass du das überhaupt zugelassen hast. Das war schon... Ja, du hättest leider gedacht. Aber das war auch... Es gibt sogar ein Video in Amerika, was so ähnlich ist. Nur da hat er eine Knarre gezogen. Genau und geschossen bestimmt. Er kam so rein, weil er hat so Geräusche gehört, so wie du, als wir dich überrascht haben bei dir. Er hört sich, er hat so Geräusche, er kommt rein mit gezogener Waffe, lehnt durch und alle so... Surprise, birthday! Und er so, oh shit, das hat die Waffe so zurückgelegt. Aber du warst aggressiver. Er hat mir nicht sofort die Waffe zurückgelegt. Aber nein, ich hätte... Ja? Ja, genau. Weißt du, wo ich dich schon gemerkt habe, dass irgendwas nicht war? Weil ich hatte abgeschlossen gehabt. Und dann, wo ich die Tür aufgemacht habe, war nicht abgeschlossen gehabt. Stimmt, 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 stimmt. Und ihr habt doch... Habt ihr nicht auf den... Als ihr die Treppen hochgekommen seid, habt ihr doch auch schon Geräusche gehört? Ja, genau. So, irgendwas so. Das hat... Und dann tauchst du gleich mit gezogener Kriegerei... Ich weiß nur noch, sie wollte mich so zurückhalten, aber sie konnte gar nicht so schnell so... Du weißt doch, ich war viel schneller schon. Und so habe ich schon... Nein, du hast ja nicht gesehen, wer drin war, weil es war ja dunkel. Du warst deine Umrisse, so, ne? Ja. Aber waltest du auf so viele Typen los mit der eigenen Klinge? Aber die Story meinte ich nicht. Ich meinte die Story, wo du vorhanden wurdest, wo zu dir Polizei nach Hause kam. Wegen meinem Gel, oder was? Ja. Erstmal will ich mir doch ein bisschen Gel in die Haare machen. Ja, ich weiß. Die sagen zu mir, du bist jetzt gymnastisch. Ich so, ja, na und? Dann lassen wir es dir gehen. Genau, warte mal. Aber du, bevor ich die Geschichte wiedergebe, dann wird die wissen, dass es Real fucking Talk ist. Weil die Leute denken, wenn Comedians was machen, das ist wie bei Battle Rappern. Die denken dann halt, das sind immer so ausgedachte Geschichten so. Ja, ja, nein, ja, das ist echt... Hey, Real Talk. Die sind gekommen, du hast geschlafen, ja? Oder wie war das? Ja, 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 ich habe geschlafen. Dann haben die mich überrascht und dann habe ich gesagt... Ich habe nicht mehr gesagt, lass mal Tabak, lass mal Tabak, darf ich Tabak mitnehmen oder sowas, Zigaretten. Nein, ich habe wirklich gesagt, lass mal ein bisschen Gel in meine Haare machen. Genau so. Und der Bulle nur so, ey, du gehst jetzt in den Knast, ey, da brauchst du kein Gel. Da sagt er so zu mir. Da gibt es keine Weiber, so hat er irgendwie gesagt zu mir. Ja, 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 aber du hast immer diesen Tick früher mit deinen Haaren halt, ey. Du bist ohne Gelich rausgegangen oder so, ey? Ja. Ja, aber jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es egal, wa? Jetzt sind wir alle bedroht hier, Haausfall. Obwohl ich mir gerade meine Haare gekämmt habe davor, bevor ich jetzt hier reingegangen bin, aber so ist es egal. Ja, sagst du? Okay, nice, nice. Ein bisschen laut hier, wa? Bei mir? Ich höre gar nichts zu. Ich höre eigentlich nur mich. Ja. Ja, ach so. Was sagt der Chat? Ist es laut hier? Wer ist denn, Chat? Ich bekomme noch einen neuen Kratom-Drink. Ah, okay. Du bist völlig denkst. Kratom-Kratom. Aber auch davon sollte man nicht zu viel trinken. Auch wenn es gesund ist, sollte man... Etwas übersteuert. Was meinst du? Man sollte davon nicht viel trinken? Weiß ich nicht. Natürlich nicht. Von allen darf man nicht zu viel nehmen. Immer in Maßen nehmen, oder? Ist es mit allen, egal was du nimmst. Moi, Gatio. Yes. Natürlich, die Dosis macht das Gift. Sagt man ja. Halt, ne? Ja. Das ist ja egal, was ist es. Nur zu viel Rap-Musik, das geht nicht. Nein. Das geht nicht. Und zu viel Fußball? Geht auch. Geht auch. Nein. Geht auch nicht. Das ist aber auch immer was Gutes, oder? Ja. Zu viel von allen ist nicht gut. Und jetzt auch was für ein Wetter. Ey, heute war so ein Piss-Wetter, Mann, Alter. Was soll ich dir sagen, Alter? Oh, Mann. Ja, zwei Grad hat geschneit, Digga. Ey, wirklich. Ja. Ey. War ja nicht viel, aber trotzdem hat ein bisschen geschneit. Für Theo war schon Weltuntergang. Er dachte, wo ist er hier, Alter? Ja, Mann. Ey, ich bin voll bei Theo. Weil ich habe noch nie in meinem Leben, wann hast du jemals Winter übersprungen? Oder hast du mal gesehen, dass ich jemals Winter übersprungen habe? Noch nie. Nein. Ich habe noch nie Winter übersprungen. Und jetzt schiebe ich auch Optik vor diesen. Also es ist nicht so dieses Schnee allein. Guck mal jetzt auch, wo ich diese eine Woche da war. Ich bin ja von Dominikanischen Republik gekommen und war so eine Woche in Berlin. Ich habe Krisen bekommen. Die letzten vier, fünf Tage war ich krank. Ich bin sogar krank geworden. Ja, die waren Dings, ja, die waren Minusgrade. Du bist ja noch, da sind ja gerade zwei Plusgrade gewesen, wo du gekommen bist. Da war ja noch, wo du verreichst, war es Minusgrade die ganze Zeit. Eine ganze Woche Minus. Hat das Profe. Ich kriege das nicht mehr hin, so. Ich bin Dings, ich bin jetzt nicht mehr Minus. Ja, du bist doch viel gechillter auch, Alter. Ist doch klar, dass die Menschen da Dings einfach freundlicher oder so einfach so sind. Glücklicher sind, Alter. Weißt du, wenn da die ganze Jahr die Sonne scheint, Alter? Genau, genau. Das lässt mich von mir. Das macht doch hier das Wetter, weißt du, so wenig Sonnenlicht, weißt du, das macht doch Menschen natürlich. Genau, dann macht man drüben und dieser und so.